Kunst im eigenen Wohnzimmer. Das kann unter Umständen ganz schön teuer sein, wenn man bedeutende Werke an den eigenen vier Wänden sehen möchte. Deswegen gibt es seit Anfang des Jahres in Harburg die erste Artothek in unserer Stadt, eine Kunstleihe. Dort können für drei Monate und eine Leihgebühr von sechs Euro Kunstwerke ausgeliehen werden. Antonia Reif wollte mal rausfinden, wie es sich so lebt, mit geliehener Kunst in der eigenen Wohnung. Bei Werner Orneberger Moiko in Harburg hängt jetzt Kunst in der Wohnung. Ein Holzdruck aus den 20er Jahren von dem deutschen Künstler Walter Dechse. Entdeckt hat er ihn in der Harburger Kunstleihe. Und da habe ich gesagt, jetzt sofort Ausweis her und entleihen. Der kunstinteressierte Rentner hat über die Zeitung erfahren, dass man jetzt in Hamburg Kunst ausleihen kann. Von Berlin kenne ich die ja schon lange. Gibt ja in vielen Städten, nur Hamburg. Bei den Pfeffersäcken gab es das noch nicht. Die kaufen sich die Kunst und die, die das nicht können, die gucken in die Röhre oder dürfen es sich mal anschauen. Und ja, das fand ich immer schon ein bisschen schade, dass man inspiriert, aber sich solche Werke nicht mit nach Hause nehmen kann, um sich dann weiter damit auseinanderzusetzen. Mit der ausgeliehenen Kunst soll es die Möglichkeit geben, vor allem zeitgenössischer und lokaler Kunst in den eigenen vier Wänden ganz persönlich zu begegnen. Man kann die eingerahmten Werke anfassen, mit ihnen leben und seine ganz eigenen Erfahrungen machen. Auch Heinke Ehlers hat in ihrem Wohnzimmer gerade zwei Leihobjekte hängen. Sie schätzt den ganz ungezwungenen Umgang mit den Bildern. Also das ist ja auf jeden Fall was ganz anderes vom Gefühl her als Museum. Das ist ja dann doch immer, ich meine auch gerade bei vielen Sachen im Museum verständlicherweise mit einer Grenze und so und es piepst und so. Und das ist da ja nicht. Das ist ja dieses, ich nehme es von der Wand und ich darf es mitnehmen. Das ist schon was ganz anderes. Macht es auf jeden Fall wirklich nochmal erlebbarer auch für die Menschen, die es mitnehmen. Bei Werner Orneberger-Moyko hängt der knapp ein Meter breite schwarz-weiße Holzschnitt im Treppenaufgang. Zu sehen ist ein Akt in reduzierten geometrischen Formen und hat Werner Orneberger-Moyko in den drei Monaten Leihfrist dazu inspiriert, alles Mögliche über den Künstler und die Entstehungszeit des Werkes herauszufinden. Das ganze Wissen und die Inspiration behält er. Nur das Kunstwerk muss er irgendwann wieder zurückgeben. Also ich finde, das ist ja etwas Ideelles, die Auseinandersetzung mit Werken. So und das behalte ich ja. Und ich finde das eigentlich gut, dass ich es auch zurückgeben darf, obwohl, muss ich jetzt sagen, ich habe es nochmal einmal jetzt um ein Vierteljahr verlängert. Die meisten Kunstwerke liegen mit ihrem Wert zwischen 200 und 500 Euro. Versichert sind sie bisher nicht. Nach der Erfahrung vieler anderer Artotheken gab es bisher, wenn überhaupt, nur Schäden an Rahmen oder Hängung. Es geht nicht darum, ein Kunstwerk für sich zu besitzen. Und trotzdem wird erfahrungsgemäß gut damit umgegangen. Ja, also ich finde, das ist ja das Wiesen, für mich ist es das Wiesen der Kunst, dass es lebendig bleibt und nicht irgendwo starr an der Wand hängt. Die Harburger Kunstleihe hat jeden Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet und ist nach einem Umzug jetzt zu finden im Nachbarschaftstreff in der Eisendorfer Straße 124 in Harburg. Und dann ist das Wiesen der Kunstwerk.